So, halb zehn, da hinten ist unser Häuschen, daneben geht das Krankenhaus, der King River, vorne im Restaurant. Wir gehen jetzt Richtung Innenstadt zum Frühstück. Hier rechts ist das Hotel Shangri-La, hier rechts ist das Hotel Shangri-La. Und links ist die Kazikon-Bank, wo wir gleich reingehen und einzahlen müssen für Fernseher. Gegenüber ist die Bangkok-Bank, da haben wir ein Konto.